Ja, willkommen zurück zu einem neuen Unpacking, Darksiders 2, First Edition, gerade gekauft, das ist, ja, schade, leider nur die Vorbesteller, Box, das Spiel wird 100% Uncut in Deutschland erscheinen. Ja, das wird nicht groß angeboxt, angepackt, umgepackt, sondern vielmehr geht es heute darum. Lollipop Chainsaw, Lollipop, Lollipop, Lolli Lolli Lollipop. Ich bin mal gespannt, ob der bekannte Soundtrack auch in dem Spiel ist, weil wenn schon Lollipop Chainsaw, dann muss auch der Lollipop schmecken, also will das Lied gut sein. also ich habe vielen empfehlungen gehört gehört spiel sei gut einer hat gesagt du eine hat sogar angefragt ob ich mir das nicht kaufen spiel kam ja am 16 15 oder 16 juni raus was haben wir heute heute ist der 18 juni ja bisschen verspätet und auch 100 prozent ankert ab 16 ja das ist juliet man auch ein handbuch ohne bedienungsanleitung die blätter gespart kosten weniger mit dem unboxing war es eigentlich schon wieder die neuen videos wird dann an der anschaut wird dann darksiders 2 sein mit tod der steht dran erhält ich ab 17 august ich weiß nicht wieso das so unscharf ist ich habe meinen zoom auf 0, josef und ja was kriege ich denn bei darksiders 2 ich kriege ein todesreiter paket dann todes galopp paket und todesengel paket sollen wir doch ein unboxing machen hier falls jemand so ein iphone hat kann er das hier einscannen und sich den trail angucken ich habe den trailer auf meinem laptop und auf meinem handy und es reicht mir unboxing kommt dazu nicht weil da nichts drin ist eigentlich ja dann mit dem unboxing wie gesagt sehen wir uns dann am 17 august mit darksiders 2 wieder und es kann sein 17 august da bin ich nicht da da bin ich noch auf der gamescom komm ich bin am ja da bin ich 19 august bin ich wieder daheim dann kommt darksiders 2 gamescom interviews interview videos sleeping 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 docks kommt noch und ja das war es dann auch wieder für den juni und den juli wobei juli vielleicht eher juni ende juni oder zu meinem geburtstag 1. juli gibt es vielleicht noch spiderman vielleicht mal kann man gucken und ja das war es dann auch von dem unboxing man sieht sich bis dann und ciao 1 2 2 3 3